Hallo und willkommen zurück zum C-Sharp-Tutorial. In dieser Episode gucken wir uns zwei kleine Keywords an, wovon ihr eins tatsächlich schon kennt, allerdings in einem anderen Kontext. Und zwar Break und Continue. Break kennt ihr wie gesagt schon, und zwar von Switch-Statements. Break hat hier in dem Kontext, den wir uns gleich angucken, eine recht ähnliche Bedeutung, allerdings bezogen auf Schleifen. Also wir gucken uns beide Keywords jetzt bezogen auf Schleifen an. Und zwar habe ich noch das Programm von der letzten Episode. Das ist ja quasi so ein kleines Ratespiel. Wir setzen hier eine Zahl als Lösung fest und das Programm läuft so lange, bis der Nutzer die Lösung erraten hat. Also nochmal kurz gezeigt, wenn ich hier irgendwelche Zahlen eingebe, dann geht es immer weiter. Wenn ich eine 50 eingebe, dann hat man gewonnen. Okay, das Ganze haben wir in der letzten Episode schon verschiedenartig gelöst. Am Anfang haben wir es relativ, ich nenne es mal dämlich gelöst, mit einer Y-Schleife, wo wir dann Code mehrfach stehen hatten. Dann haben wir es mit einer Do-Y-Schleife gelöst und jetzt hier mit einer Y-Schleife und einem zusätzlichen Boolean. Diesen Boolean können wir allerdings auch weglassen. Das mache ich jetzt einfach mal, ich lösche ihn. Hieraus machen wir jetzt im Prinzip eine Endlosschleife. Und das funktioniert, indem wir einfach ein True reingeben. Denn True kann niemals False sein. Ich glaube, das stimmte mir alle zu. Also wird diese Schleife theoretisch nie enden. Zumindest nicht mit dem Wissen, das ihr bisher habt, denn gleich zeige ich euch, wie wir sie doch beenden können. So, und jetzt setzen wir hier nicht mehr IsGuessCorrect auf diese Bedingung, denn die Variable gibt es hier nicht mehr, sondern wir machen daraus eine If-Abfrage. Also wir überprüfen, ob unser Guess gleich Solution ist. Und wenn das der Fall ist, dann wird es uns hier schon vorgeschlagen, dann sagen wir Break. Und Break hat hier im Prinzip die gleiche Bedeutung wie bei Switched Statements. Und zwar brechen wir aus unserem Block raus. Wichtig an der Stelle ist, dass es immer den innersten Block meint, aus dem man ausbrechen kann. Unser If hat ja auch einen Block. Allerdings kann man aus einem If nicht mit Break ausbrechen. Switch ist da so ein bisschen die Ausnahme. Da kann man ausbrechen. Beziehungsweise muss man sogar. Bei If funktioniert das nicht. Deswegen bezieht sich dieses Break jetzt auf unser While hier. Wenn wir jetzt allerdings hier noch ein While True verketten würden und das Break dann darin schreiben, dann würde sich dieses Break hier auch wirklich auf dieses While beziehen und nicht auf dieses. Nur fürs Verständnis an der Stelle, das ist wichtig. Okay. Im Prinzip haben wir ja jetzt an unserem Programm nichts verändert. Außer, dass wir auf unseren Boolean verzichten. Ich kann euch hier kurz demonstrieren, das funktioniert immer noch. Also bei 40 brechen wir nicht aus, bei 50 schon. Denn wie gesagt, wenn das hier zutrifft und wir beim Break sind, dann brechen wir aus dem While aus und sind hier unten. So, das ist das eine Keyword. Das andere Keyword funktioniert genau in die andere Richtung. Und zwar ist das Ganze Continue. Und das hat jetzt eine komplett andere Bedeutung. Das heißt, wir zerstören jetzt quasi unser Programm damit. Also ich schreibe das Programm jetzt einfach mal ein bisschen um, damit ich Continue daran erklären kann. Ich mache hier unsere Variable Solution weg und sage dann hier Console.WriteLine soll etwas ausgegeben werden? Also das Programm, was ich jetzt hier schreibe, ist nicht sonderlich sinnvoll, sondern soll einfach nur hier dieses Continue demonstrieren. Dann geben wir hier etwas ein. Hier sagen wir am besten noch, 1 bedeutet ja, 0 bedeutet nein. Das macht es an der Stelle am einfachsten. Hier ist das Ganze jetzt nicht ein Guess, sondern ich sage einfach mal Answer. Und dann sagen wir, wenn unsere Answer gleich 0 ist, also wenn nichts ausgegeben werden soll, dann machen wir Continue. Und ansonsten sagen wir hier Console.WriteLine, beziehungsweise nicht ansonsten, sondern außerhalb von unserem If, sagen wir Console.WriteLine. Jetzt steht hier etwas. Okay. Wie gesagt, kein sonderlich sinnvolles Programm, aber ist ja auch egal. Wir werden jetzt hier immer aufgefordert zu antworten, ob ja was ausgegeben werden soll. Wenn ich jetzt die ganze Zeit mal 1 eingebe, dann wird halt die ganze Zeit auch hier etwas ausgegeben. Wenn ich jetzt mal eine 0 eingebe, dann seht ihr, dass das Ganze nicht passiert. Und das ist erstmal ein bisschen komisch, denn im Prinzip hat diese If hier ja keinen Einfluss darauf. Denn wenn Answer 0 sein sollte, okay, dann wird das, was in der If ist ausgeführt, aber danach geht es ja hier unten weiter. Ja, und genau das ist jetzt die Bedeutung von diesem Continue. Continue bricht den Schleifendurchlauf ab. Allerdings fliegen wir nicht aus der Schleife raus, sondern beginnen wieder von oben. Also Continue startet einfach den nächsten Schleifendurchlauf. Übrigens, hier mal ganz kurz, bei einer For-Schleife ist das Ganze ganz wichtig. For und i ist gleich 0, i kleiner 100, i++ mache ich einfach mal kurz an der Stelle. Wenn ich jetzt hier ein Continue schreibe, müsst ihr auch immer bedenken, dass das Ganze natürlich dann auch diese Bedingung hier triggert. Also das Continue sorgt dafür, dass die Endbedingung trotzdem noch ausgeführt wird. Das ist wichtig. Aber trotzdem starten wir auch hier mit dem nächsten Schleifendurchlauf. Okay. Das ist im Prinzip auch schon alles, was es dann dazu zu sagen gibt. Break bricht die Schleife komplett ab. Continue bricht den aktuellen Schleifendurchlauf ab. Aber man kommt nicht aus der Schleife raus, sondern man startet mit dem nächsten Schleifendurchlauf. Mehr gibt es dazu dann jetzt eigentlich auch gar nicht zu sagen. Wenn dennoch noch Fragen dazu sein sollten, gerne in die Kommentare damit. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video mal wieder gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.